Also die Vorteile von der agilen Organisation sind höhere Time-to-Market, weil wir eine wesentlich höhere Ergebnisorientierung haben. Das zweite ist eine deutlich höhere Qualität durch die Kollaboration mit den Kunden und das dritte ist auch eine deutlich höhere Professionalität, weil durch dieses kollaborative, iterativ-inkrementelle Arbeiten, also dieses kurzzyklische, ergebnisorientierte Arbeiten, schnelle Ergebnisse entstehen und darüber ein anderes Commitment von allen Beteiligten in einem Projekt oder in der Produktentwicklung möglich sind.